Ich schwöre, irgendwann kann ich in Rente gehen, weil KI meinen Channel alleine führen kann. Das Problem ist, KI ist schlau. Es müsste sich etwas dumm anstellen. Damit es was hat, um sich das abzugucken, folgendes Video. Freunde der lockeren Schrauben, weiter geht's in unserem Lieblingsstreichelzoo. Achso, nee, nee, warte mal. Sonst war das Intro doch viel zu kurz, oder? Okay, es sollte ausreichen. Herzlich willkommen zurück bei Five Nights at Freddy's VR 2. 2 ist auch das Stichwort der heutigen Episode, denn das ist die Anzahl der Male, die ich mir in die Hosen gemacht habe vor dem Aufnehmen dieser Folge. Denn ich habe einen Grund dazu, die Minigames sind nicht nur wahnsinnig spaßig, sondern auch ziemlich, ziemlich scary. Und deswegen bin ich froh, dass ich euch dabei habe. Wir schaffen das schon gemeinsam. Komm, ich nehme euch an die Hand und ihr mich, falls ich weinen, Tränen ausbreche und meine Hosen voll sind. Okay? Machen wir so. Ähm, ich habe ja beim letzten Mal hier das irgendwann hingekriegt, nach einer Stunde die Controller hier zu rebinden und jetzt funktioniert das alles halbwegs. Ganz viele Leute in den Kommentaren konnten einfach nicht glauben, dass die Entwickler hier was verkackt haben mit der Konnektivität. Das war schon bei Security Breach so. Äh, nein, Jeff, ich glaube nicht, dass das Spiel nicht optimiert ist. Das ist dann deine Grafikeinstellung. Oh, stimmt. Ich habe vergessen, das, äh, in den Einstellungen auf Funktionieren zu stellen. Das war mein Fehler. Tut mir leid, Freunde. Nein, äh, sie unterarbeiten an einem Fix, ähm, aber so lange kriegen wir das hier auf jeden Fall gut hin. Ich will mal bei Food Prep reinschauen. L Chips. Mal gucken, was wir da machen können. Join the Glamrock Concessions Team und bekommen Food Prep Star. Oh, das klingt nach mir. Das Sternchen am Horizont dieser Fastfood-Verarbeitungskette. Alles klar, ich muss die Bestellungen, äh, irgendwie fertig machen. Und zwar vermutlich in einer gewissen Zeit, weil sonst, ähm, vernehmen wir ein leichtes Dröhnen in der Magengegend und enttäuschen die Kinder. Oh mein Gott, ich stehe hier. Ah, wir sind im Mega-Pixaplex. Willkommen zu Ihrer neuen Karriere im Food Service. Grüß dich. Irgendwas stimmt bitte nicht. Du solltest das, aha, ernstlich überprüfen lassen. Ja. Okay, okay, okay. Da oben kommt der Order. Ja. Ja. Aha, aha. Nicht küssen. Okay, alles klar. Order, Food machen, Food hinstellen, kingeln. Mhm, mhm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Schätze, nein. Nicht mich ersetzen. You have been adequately trained. Now prepare for the dinner rush. Bitte, ihr dürft nie wieder einen anderen rothaarigen YouTuber abonnieren. Versprecht mir das, alter. Nicht mich durch einen jüngeren, sexier Seth ersetzen. Das hält dich nicht aus, alter. Während ich im Altersheim, wo wir hingammle und von alten Zeiten erzähle, dem Freddy Fazbear noch cool war. Äh, Bohnen. Okay, ähm, okay. Ich habe hier Bohnen. Ich habe hier eine Kelle. Ich habe, sind das Bohnen? Das sieht so lecker aus, alter. Das sind keine Bohnen. Roxy's Nachos. Achso, warte mal. Stimmt, das sind zwei Sachen. Bitte nicht umbringen. Bitte nicht umbringen. Nein, es stapelt sich. Kann ich bitte die Nachos? Bitte, bitte, bitte. Wie mache ich das? Okay, eine Frage. Wie kriege ich diese Nachos in dieses Behältnis? Weil wenn ich das da hinstelle und den Knopf drücke, passiert nichts. Du wartest schon drauf, mich umzubringen, oder? Ich kann das verstehen, aber das nützt das Nacho-Problem immer noch nicht. Digga, ich zeige dieses Video niemals dem Gesundheitsamt. Das geht in die Hose. Das kann man jetzt auf mehrere Ebenen interpretieren, ja? Warte mal, wenn ich das da reinmache und dann irgendwie ein bisschen Belag, ein bisschen Peperoni auf meinen Boden passt, nee? Okay, dann fuck you. Oh, what? Geil. Oh mein Gott, ich liebe das. Die nehme ich mit nach Hause. Die wird heute vom Arbeitsplatz verschwinden. Ich sage es dir. Ein gleicher Senf, kommt sofort. Ach so, da darf nichts drin sein. Oh mein Gott, sag das doch. Hier, bitteschön, gib mir den Becker zurück, das ist meiner. Hier. Wie jetzt, das war falsch. Ach so, die Bohnen, tschuld. Oh mein Gott, hier. Hey, muss das irgendwie aufmachen oder so? Ich weiß es nicht. Ist das blöd? Okay, ähm... Was mache ich jetzt? Was ist das da? Ach so, das sind die Alten. Scheiße. Das hat irgendeine bestimmte Nummer. Oh, ach so, ich muss das aufmachen. Wait. 3, Entschuldigung, 4. Ah! Noll. Das ist der Hut? Oh, da sind nicht böse werden. Oh mein Gott, ich hab's verstanden. Entschuldigung. Es hat eine Weile gedauert. Okay. Okay, äh, Korn? Das hier muss doch Mais sein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, gib was her, gib was her. Ah! Scheiße. Ey, jetzt hab ich's endlich verstanden. Ist, ist, ist okay, ist okay. Das wird ja hier eine sportliche Aktivität. Meine Güte, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ach, schön. Es ist immer gar nicht so einfach hier. So. Okay, pass auf. Jetzt komm mal ran hier. Morning Rush Incoming. Ey, wer von euch war das? Wer von euch ekligen hat hier Bohnen bestellt? So. Einmal das. Einmal Nachos. So, das kommt hier her. Dann 3, 2, 2. Zack. Bitteschön. Hell yeah. Lass es nicht fallen. Okay, Next Order Incoming. Great. Wie viel muss ich denn insgesamt machen? Reis, Alter. Das ist hier das Reis, ne? Wer ist denn das von euch? Ich bitte euch. Komm, wir gehen nachher lieber zu McDonalds oder sowas. Keine Ahnung. Ich lade euch ein. Soll ich euch mal alle einladen? Oh Gott. War hier irgendwer? Ist hier meine Katze? Meine Freundin? Ich seh's nicht. Habe ich irgendwas? Oh, das heißt nur ihr. Okay, nee, dann ist gut. Nun Rush. Ich hab zwei Bestellungen am Morgen. Deswegen musste der Laden geschlossen werden. Ja, von wegen hier irgendwie. Oh shit. Äh, Pink Lemonade. Nein! Boah, ich ging da schon wieder in Saustall. Nein! Fuck, 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 fuck. Von wegen hier... Äh, was? Was ist das? Was ist das denn Scheiß? Okay, ähm... Fastbeer. Fuck, fuck, fuck. Zwei. Fünf. Hier. Bitteschön. Oh shit, Hot Sauce. Ähm. Okay, äh... Ist das Hot Sauce? Nein! Nein! Gib die her! Du hast das denn in den Scheiß hier. Okay. Nein! Warum dreht sich das immer? Ja, jetzt hast du hier halt einen leckeren. Ist das ein Google Hupf mit halt... ... scharfer Soße? Wollt ihr mich rollen? Okay, hier bitte. Oh mein Gott. Ihr seid aber auch korrekt. Was weiß ich? So, gib mir den Hut. Danke. Gib mir den 3, 4, 2. So. Und nun... Zack. Bitteschön. Klarum. Löffelstiel. Arschgeile Nummer. Okay. Oh, ich hab nicht mehr viel Zeit, ne? Okay, Pink Lemonade. Ich bereite das hier schon mal vor. Ey, da guck mich nicht so an. Nachos. 3, 4, 3. Cool. So, gib her. Gib her. Nice. So, einmal. Oh nein, Nacho Cheese. Fuck. Ich dachte, ich dachte, heute ist... ...der Tag des Durchfalls oder so. Und alle wollen scharfe Soße. So. Gib her. Nacho Cheese. Wait. So. Ich glaub, das... Geh mir fort. Bitteschön. Okay, ich hab nur noch 70 Sekunden. Huh. Okay, was? Was ist es denn? Das hier. Okay, äh... Freddy, Fast, Tato. Was ist das? Das hier. Das ist die übelste Kackwurst. 5, 5, 3. Gib mir. Gib mir. Nein. 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 Scheiße. Oh mein Gott. Mit drei Orders. Einfach vollkommen überfordert. Das ist ein geiles Spiel. Das will ich jetzt schaffen. Jetzt forderst du mich aber heraus. Das lasse ich überhaupt nicht auf mir sitzen, Alter. Puh. Okay, pass auf. Maximum Food Preparer. So. Ich bereite... Repair? Ich bereite das hier vor. So. Was haben wir denn da? Wahrscheinlich Bohnen. Nehmen wir einen Kuchen, Alter. Okay, wir wickeln das Erben. Noch ein Tod, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas Marmelade und eine Konfitüre. Die, 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 die. Ihr müsst ein bisschen was weggehen hier. Boah. So. Ja, jetzt. Komm. Zeig. Korn. Oh. Alles klar. Und die Monte Fiesta Pizza. Yeah. 3, 1, 2. Okay. Auch die ist ja süß. Warum ist hier so eine Sahnehaube drauf? Was ist das denn? Was ist denn damit? Okay. Der Morgen ist komplett. Jetzt nun. Und dann am Abend ist natürlich am meisten los, schätze ich einfach mal. So. Was haben wir hier? Pink Lemonade. Alles klar. Festbeflammen. It's gone. Zack. Sorry, ich stehe auf den Schlauch. So. Und mit? Nacho Cheese. Okay, komm. Ein nach. Huh. Hier, bitte schön. Okay, next order. Was ist es? Orange. Kein Thema. Und Roxy's Nachos. So. 4, 3, 3. So. Okay. Das ist mir doch klar, dass ich nicht fertig bin. So. Einmal das. Zack. Nice. Okay. Wieder Becher vorbereiten. Boah, ist schwer. Oh, nein. Nein, nein. Was habe ich getan? Nein. Was habe ich getan? Meine Brille. Komm zurück. Komm zurück. Help. No. Ich habe sie ausgestellt. Oh, ich bin wieder da. Ich bin am Start. Ich bin sowas von am Start. Okay. Sauerleim. Ich stehe jetzt irgendwo anders im Raum. Ist wahrscheinlich auch egal. Zack. Oh Gott, mein Greenscreen. Haupt. Ich fixe es gleich. Nacho Cheese. 2, 5, 3. Komm her. So, ich kann es jetzt nicht fixen. Yeah. Oh, tsch, 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 tsch. Komm, 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 komm. Nein, du hast deine, deine, deine... Scheiße. Okay. Okay. Afternoon Russian coming. Oh Gott. Okay. Wo gucke ich hin? Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ähm, äh. Okay, rise. Oh Gott. Hier, bitteschön. Glam Raps. Zack. Komm, eins, eins. Nein. Eins. Komm schon. Nein. Shit, es hängt. Komm her. Okay, mit was? Nacho Cheese? Wait, was ist das? Nein, das ist... Nein, ich hab verkackt. Fuck. Okay. Boah. 2, 4, 4. Tut mir leid. So, Hot und... Cheese. Zack. So, und was noch? Nochmal Glam Raps mit Hot Sauce. Eins, vier, vier. Ja, okay. Geh her. Geh her. Mit Hot Sauce. Uh. Ist das fertig? Boah. Okay, let's go. Let's go, let's go. Next order. Uh. Pink Lemonade. Äh, Beans. Okay. Bitte und Korn. Boah, da kannst du aber auch echt Pech haben, ne? Ja, 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 hier, bitteschön. Okay, next. Eins noch, eins noch, eins noch. Okay. Reis. Geh her. So, zack. Äh, Monti's Pizza Fiesta. Eins, zwei, drei. Komm. Geh her. So, Guacamole und Nacho Cheese. Und was noch? Noch ein Monti's Fiesta. Ey, sorry, ich weiß nicht, wo ich gerade hingucke im Raum, aber... Wir kriegen das alles hin. So, Nacho Cheese. Immer mit der Ruhe. Immer. Und so, 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 so. Komm schon. Yes. Boah. Okay, muss ich mich jetzt neu ausrichten hier? Warte, so? Besser? So ist besser, ne? Ich glaub, so bin ich wieder am Start. Oh Gott. Okay. Weiter geht's. Was? Nein. Roxy Nachos. Shit. Ah, mein Mikro. Gib her. Okay, alle Saucen. Zack. 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 So, und, ähm, Kanche. Und, geht's Lemonade. Zack. Jetzt heucht's nicht so viel. Was? Nein. Was ist das auch falsch? Wollt ihr mich verarschen? Wieso? Digi, so viel Zeit hab ich nicht. Okay, Nachos. Das hat wahrscheinlich die Soße nicht gehabt. Das war nicht richtig drauf oder so. Okay. Boah. Okay, alle Soßen. Oder in Reihenfolge. Ne, nicht in Reihenfolge, oder? Das ist doch Quatsch. Okay, das war, das war, das war, das war gut. Boah, ein bisschen in Neuen ist das hier ja gerade schon. So, Korn. Okay, bitte und Freddy. Was? Was? Fast Tato. Die Kackwurst. Okay, drei, fünf, fünf. So, hier, bitteschön. Und da haben wir einmal Guac und einmal Hot Sauce und einmal das Getränk. Oh, wohlbekommst. Okay, Orange. Dann Reis. Hier bitte da so ein bisschen Nice mit dabei. Ich hoffe, sie sind allergisch. So, eins, zwei, eins. Komm her. Okay. Was für Soßen? Guac und Nacho. Nacho. Guacamole. Was, wie so ist das falsch? Was hab ich denn falsch gemacht jetzt? Was war denn jetzt los? Auch weil da Mais drin war, ne? Oh ja, Pinz. Komm her jetzt. Oh Gott, nein, 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 nein. Eins, nein. Das reagiert scheiße, weil es außerhalb einer Reichweite ist eigentlich. Hilfe. Vier. Komm her. So, und da jetzt Guacamole drauf. Und. Okay, geschafft. Ich hab nur neun Sekunden. Ich hab's verkackt. Ich hab's schon wieder verkackt. Boah, das gibt's nicht. Nein. Ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Das schaff ich nicht. Ich schaff die Glam-Raps nicht. Fuck nein. Boah, ist das krass. Das ist schon heftig, Alter. Boah, ich muss jetzt hier erst mal mein Mikrofon wieder retten. Das ist ja fürchterlich. Oh. Ey, tut mir leid, dass ich da immer drangepumpst bin. Das ist so meine, das ist so meine Eigenschaft. Das passiert mir ständig. Oh, ich will das, ich will das schaffen. Das wurmt mich jetzt aber. Ich find das voll schwer, Alter. Okay. Ich glaub, ich hab die letzte Phase gerade eingeläutet. Die Getränke hier sind vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Ähm, alles andere kann ich nicht wirklich vorbereiten. Aber am Evening Rush haben wir beim letzten Mal verkackt. Also. Let's go. Soda Roni. Okay. Reis. Äh, ne. Das hier. So. Zack. Oh, ich hoffe, das zählt noch. Und das Ding hier mit allen Soßen. Drei, drei, vier. Zack. So. Ja. Zack. 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 Okay, ist richtig. Ist richtig. Na gut. Wir halten hier schon mal was vor. Was aber? Ach du Scheiße. Äh. Okay, ähm. Das Ding hier. Drei, vier, drei. Shit. Drei, vier, drei. Das hier mit Hot Sauce. So. In der Mitte ist abgehakt. Wieder so ein Wrap. Fünf. Okay, okay. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Mit allen Soßen. Zack. 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 Ich hoffe, dem da unten haut es sich weg. Da will ich nämlich nichts drauf machen. So. Und hier? Hot Sauce und... Quack. Okay, das war richtig. Alles klar. Komm, let's go. Let's go, let's go. Bring it on. Bring it on. Gut. Drei. So. Drei. Komm. Und Freddy fast. Tato. Mit Guacamole. Fünf. Drei. Eins. Nice. Okay. Geschafft, 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 geschafft. Eins noch. Eins noch. Das kriegen wir easy hin, glaube ich. Es besteht jetzt keiner mehr Getränke, seit ich das vorbereitet habe. Das ist ja Wahnsinn. Sitzt ihr alle da mit dem Pappmaul, Alter, wie ich das verdient habe? So. Einmal. Und die Nachos mit allen Soßen. Vier. Fünf. Eins. Komm her. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nice. Oh. Heftig. Evening Rush complete. Und jetzt. Wir sind fertig, ne? Boah, ey. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Ich habe mich bloß irgendwie blöde angestellt. Wie immer. Wie immer. Hallo. So. Jetzt ist doch übrigens International Cupcake Tag. Was habe ich denn? Headchef-Bot. Nee, den will ich nicht. Kann ich den nochmal umtauschen? Boah, das macht mich sad. Nö. Nö. Was hat man für ein geiles Minigame freigeschaltet? Ich will irgendwas mit Chica haben. Mit der Pizzeria. Ich will Pizza machen. Kann ich die bitte belegen? Oh, the food prep. Yes. Yay. Diddli-diddi-diddi. Boah, da musst du doch schon mal einen Daumen nach oben dalassen, Alter. Ich weiß, es scheint für euch nicht besonders beeindruckend zu sein. Aber lasst mich euch eins sagen. Für mich, meine Verhältnisse, ist es das. Puh. Boah, so ein Headset wird ganz schön schwer hier nach einer Weile. Das muss man ja mal zugeben. So. Okay. Pizza, pizza. Let's go. Everyone knows, Family Fund Center's success is based on the quality of their pizza. Yummy. Okay. Okay, okay, okay. To make pizzas, flatten the dough, add toppings, then bake it. Okay. Ausrollen, belegen, backen. Cool. Und da muss ich natürlich krass auf die Zutaten drauf achten. Uff. Oh, ich bin wieder hier. Oh nein, wir stellen auch wieder Getränke, Alter. No. No. So, Scheiß. Okay, Fries. Haben wir hier einmal. Pizza, pizza. Wo kommt denn der Teig her? Oh, Scheiße, Alter. Wo kommt denn der Teig her? Wo ist der Teig? Warte, ich muss das... Ach so, hier. So, zack. Zack. Ähm, wie kann man den ausrollen? Wo ist meine Rolle? Ach hier. Oh, das sieht man gar nicht. Cool. So, jetzt kommen... Wo gibt's Tomaten? Wait, wo gibt's Tomaten? Ach so, das ist die Soße, ne? Ja? Ja, schön. Shred and Cheese. Oh my God. Oh, mein Gott. Sich selbst multiplizieren mit Käse. Das ist auch nicht. Ist das... Ist das fertig? Hier, bitte. Kann ich klingeln? Oh! Oh my God. Lol. Oh, wie cool. Okay, das war... Das war awesome, Alter. Hell yeah. So, da. Roni, baby. Boah, das hätt ich mal vorbereiten können. Okay, gut. Ich weiß, wie was funktioniert. Oh, wo ist mein... Bam. Ey, zum Glück habe ich nicht mehr diese dumme... Faeser Sauce. Diese dumme Spritzkanone, Alter. Ich mein, ja, hab ich schon noch, aber... Was ist das Ding hier? Hunde Tomatensoße? Äh, Soda Roni war's, ne? Boah, bitteschön. Ihr Arme müsst hungern. Okay, bestellt lieber an dem anderen Desk. Oh my God, was? Oh, das war falsch. Oh, wenn ich falsch... Dann krieg ich sofort einen Jumpscare. Oh, lol. Was, wieso? Geht meine Kamera noch? Sorry, ich muss das immer mal testen. Okay, wie... Aber wieso? Ich weiß grad nicht, was ich verkackt hab, aber irgendwas muss es ja gewesen sein. So. Wir haben Sour Lime, wir haben... Ach so, ich hab das falsche Produkt gemacht, ne? Was ist Pizzarito, Alter? Das wird da oben eingerollt. So. Oh, Mensch. Zack, zack, zack. Okay. So, jetzt kommt... Nacho Cheese drauf. Ach so, das ist die Soße, ne? So, Nacho Cheese. Dann Shredded Cheese. Ja, Not Meat. Also irgendein... Irgendein cooler Fleischersatz. Muss ich die da reinstellen? Oh. Okay. Verstehe. Und Fleisch. Was? Wer bestellt das denn? Okay, so, und jetzt hier einrollen, oder? Oder wie? Oder muss ich das erst, äh... Das wird doch nicht danach gerollt. Das wird doch... Wie mach ich denn das hier? Okay, wie funktioniert... Wie funktioniert das hier? Ach so. Oh, oh. Ah. Hier, bitte schön. Und Sour Lime. Oh! Hör auf! Chica! Oh, ist das jetzt richtig? Boah, ich hab Angst. Das ist ja furchtbar. What the fuck? Okay, den Teig brauchen wir ja sowieso. Die Rolle ist voll bangt unsichtbar hier. Do you want me to starve? So. Nein. Die Kommentare von ihr auf dem Fall... Was? Jetzt macht es da drauf. I, was ist da... Ich will's gar nicht wissen. Okay, äh... Meat und Not Meat. Zack. Zack. So. Her. Zack. So. Zack. Ähm. Äh. Aha. Ich weiß immer noch nicht, wie man das macht, aber... Ist okay. Äh, wait. Nein, nein, was? Was war doch Orange? Habe ich nicht Orange in der Mure grabt? Oh, ich bin so doof, ne? Warte, 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 warte. Ich will das jetzt sehen. Ist das Orange? Oder war das die falsche Zubereitung? Das war doch Orange! Und warum stehe ich jetzt so? Digi, warum stehe ich immer... Warum... Warum können wir mal... Nein! Hört auf, mich dauernd wieder neu auszurichten. Okay, Leute. Ich weiß, was ich hier verkackt hab. Die Soßen hab ich verwechselt. Äh, ich dachte, das hier wär die Feather Sauce. So, warte mal. Fries brauchst du. Nochmal Fries. Boah, zum Glück hab ich hier ein nie endenden Supply. So, da muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil... Ich hab die beiden immer, wie gesagt, irgendwie vertauscht. So, Käse willst du. Fleisch. Und... Fleischersatz. Und das Ganze Pizza oder Rolle? Pizza. Okay. Sollte... Sollte passen. Sehr gut. Okay, noch... Noch eine Order. Vielleicht sogar... Vielleicht sogar noch zwei. Äh, ich kann hier schon mal den Zeit preparen. Weil den brauch ich ja sowieso immer. Okay, Soda Reno. Fries. Äh, okay. Ich bereite die schon mal vor. Und... Was ist das mit Feather Sauce? Feather Sauce. Boah, ich... Ich verwechsel das. Aber ich... Ich kann's nicht mehr richtig aussprechen. So. Ich weiß immer noch nicht, wie man das hier macht, diesen Scheiß. Komm schon. Äh, wie... Wie funktioniert... Ach, ich muss das da oben rein, ne? Ich glaub ja, und dann kommt das da unten raus. Dazu gibt's nicht eine richtige Animation. Deswegen seh ich das nicht. Aber das muss hier oben in den Schlitz, glaub ich. So, das war richtig. Ja, genau. Okay, alles klar. Nächster Teichwatzen. Okay, äh... Fritten. Pizzarito. So. Zack. Sieht irgendwie geil aus, die Soße. Und dann hier oben rein. Ach so. Sorry, da stand ich ein bisschen noch auf dem Schlauch. Äh. Weil der ist halt so lang. So. Äh... Nacho Cheese. Zack. Und Käse und Fleisch. Äh, ne. Fleischersatz. Ja, genau. Richtig. Zack. Und das Ganze als Pizza. Bitteschön. Okay, noch ist die Zeit ganz gut. Ja? Approved? Geil, alter. Der Sternekoch einfach. So. Geh, nicht lang schnacken. Wir haben nämlich gleich keine Zeit mehr. Zeig mir die Soße. Zeig mir die... Afternoon Rush. Okay, abends gibt's da noch. Boah, ich hab noch einiges zu tun. Äh, Pizza. Tomato. Sodarino, Sodarino, Orange. Sodarino. Orange. Ein Sodarino brauchst du noch. Shit. Und die Pizza nur mit Tomatensauce. Äh, als Pizza. Oh, bitteschön. Okay, es sollte richtig sein. Dann prepare ich das schon mal. Perfekt. Uff, zwei noch. Und dann kommt vielleicht noch eine. Was geht... Oh mein Gott! Was ist das? Shit, ich hab nicht vorbereitet. So, Feather Sauce. Zack. Dann kommt da... Fleischersatz. Fleisch. Käse. Something smells good. Okay, ich glaub, das war's. Zack. So. Pizza Nummer eins. Dann haben wir... Oh Gott, Alter. So, Pizza Nummer zwei mit... Was denn eigentlich? Tomate. Fleisch. Ey, nicht verkacken, nicht verkacken. Sonst hab ich alles verschissen. So, Pizza nur mit... mit... Papersauce. Nein, komm her. Nein, gib her. Oh Gott. Nur das hier. Zack. Und als... Pizza... Shit, 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 die Zeit. Äh... Und Pizzarito. Komm her. Okay. Mit... Nacho Cheese. Und... Fake Meat. Okay. Zack, zack. Ja. Sollte richtig sein, oder? Oh, schau. Okay, vorbereiten. Solange sie mich anstarrt. Okay, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Komm schon. Komm schon. Sauerlein. Habe ich vorbereitet. Und... Eine Pizza mit... Äh... Pizzarolle mit... Tomate. Okay. Zack. Okay, sehr gut. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Keine Zeit. So. Was haben wir da drauf? Aber wieder... Tomatensauce. Die frisst das doch eh alles. Ist eigentlich auch egal. Nein, komm, jetzt nicht hängen. Fleisch. Nicht Fleisch. Cheese. Und das Ganze als Pizza, richtig? Als Pizza. Okay, die Rolle ist schon dran. Und noch eine kleine Pizza mit. Ich glaube... Was? Tomate und Fleisch. Komm schon. Fleisch. Okay. Bitteschön. Uh, uh. Ich hoffe. Bitte. Ich glaube, das war richtig. Okay. Okay. Äh, äh. Was? Äh. Deine Pizza? War's das? Ich hab gewonnen! Oh mein Gott, da bin ich jetzt aber froh. Boah. Und das hat sich jetzt übelst ironisch angehört. Ist aber ernst gemeint. Ich hab Chica gewonnen. Ey, ist die jetzt bei mir im Dings mit? Boah, das wär geil. Warte, 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 warte. Warte, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Komm schon. Steht sie hier? Chiki. Oh nein, sie ist nicht da. Oh, das fühle ich mich so alleine. Ey, okay. Okay, ihr Lieben. Boah, ich muss mal eine kurze Pause einlegen. Du kannst nur immer so viel wie A spielen, wie, also, irgendwie, das geht dann irgendwie auf die Optik, auf den Kopf, auf den Nacken. Und ich bin gerade ein bisschen erschöpft. Ich nehm nachher noch eine Folge vor euch auf. Ich weiß nicht, ob sie heute noch kommt, aber, äh, erstmal das. Erstmal ein bisschen, ein bisschen, äh, den Magen ausgedehnt. Ein bisschen uns ne Grundlage angefuttert für das, was kommt. Und beim nächsten Mal wird's sicherlich wieder ziemlich scary. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da unbedingt. Und ein Abo, falls ihr die nächsten Folgen sehen wollt. Ich freu mich drauf. Bis dann. Haut rein. Und macht's gut.